Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Maximum Apocalypse, haben das letzte Mal einen kompletten Spielzug mit beiden unserer Helden gemacht, sodass ihr jetzt schon die Zugabfolge kennt. Jetzt geht es natürlich peu a peu etwas schneller voran, ich gehe nur noch auf die Neuerungen ein und dann werden wir jetzt ein paar schöne Spielzüge machen, um unser Szenario zu erfüllen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Willkommen zurück liebe Freunde, wir sind wieder am Zug bzw. unsere Revolverheldin. Sie bekommt natürlich ihre 4 Aktionen dann, wenn sie diese spielen muss zur Verfügung, deswegen diese Steinchen wieder auf die Matte zurück. Aber wir fangen natürlich wieder an mit Spawning Monsters. Dann hoffe ich natürlich, dass wir nicht gleich nochmal welche neue kriegen, aber wir brauchen natürlich auch Zombies, um unsere Mission zu erfüllen, denn wir müssen sie besiegen, aber es ist natürlich nicht so günstig, wenn man zu viel auf einmal hat. Wir haben jetzt eine 8 erwürfelt, das heißt, wir haben eine 3, eine 6, keine 8 dabei, das heißt kein Monster kommt. Schritt Nummer 2, zieh eine Karte, mal sehen was wir bekommen. Oh, wir bekommen eine Granate, die wir schon haben. Das ist okay, da haben wir halt 2 davon, die stelle ich hier mal so oben drüber, dass ich weiß, dass ich davon 2 habe. Weiter geht's mit unseren Aktionen. 4 Stück haben wir, dann benutzen wir die erste und zwar, ich möchte jetzt plündern. Wir befinden uns auf einem Feld mit einem Plündersymbol, im Detail hier nur ein rotes Plündersymbol, heißt ich darf eine Karte vom roten Plünderstapel ziehen. Und mal sehen was es wird. Oh, unser erster Benzinkanister, das geht gut los. Grundsätzlich ist es so, dass Karten, die gezogen werden, ja in die Hand kommen. Bei dem Benzinkanister ist das etwas anders, denn das steht hier unten drauf, dass wenn ich diesen bekomme, muss ich diesen sofort anlegen oder wegwerfen, wenn ich keinen Platz mehr habe oder keinen Platz machen möchte. Ich habe natürlich Platz und da werde ich den Kanister einfach hier mit in mein Inventar packen, das heißt, ich schleppe ihn jetzt mit mir rum. Könnte man ja schon zum Wenn vielleicht dann wieder zurück, um diesen schon wieder leer zu machen, aber solange ich noch ein bisschen Platz habe, da werde ich natürlich erstmal weiter erkunden. Für meine zweite Aktion hingegen werde ich hier wieder meine Heldenfähigkeit spielen, das heißt, sämtlicher Schaden in ihrem Zug wird jetzt um zwei erhöht. Und natürlich, wenn ich Schaden erhöhe, möchte ich natürlich auch am besten jetzt angreifen und das mache ich mit meiner dritten Aktion. Ich benutze meinen angelegten Revolver als Aktion, tue damit zwei Schaden anrichten plus die zwei aus der Aktion, das sind vier Schaden. Und dann werde ich natürlich hier auf meinen Zombie, der hier bei mir steht, feuern. Das sind dann genau die vier, die ich brauche. Ich könnte jetzt noch eine Patrone verwenden, gegebenenfalls auf den anderen Stalker da feuern, aber der hat noch fünf Leben. Wenn ich jetzt hier vier Schaden mache, dann hat er immer noch ein Leben. Das will ich vielleicht mir ein bisschen anders gestalten und außerdem ein bisschen Munition sparen, ist auch nicht schlecht. Dann wird der Kampf ausgeführt, die Patrone macht vier Schaden, vier sind schon drauf, das sind quasi insgesamt acht. Er hat nur acht Lebenspunkte. Just haben wir endlich unseren ersten Zombie besiegt und der geht jetzt normalerweise auf den Ablagestapel. Aber in dem Fall sagt unsere Szenario-Karte, dass wir ja die entsprechenden Gegner besiegen sollen und diese können dann hier drauf platziert werden. Wir sollen ja zwei Walker, zwei Spitter, zwei Docks und zwei Soldier. Einen Soldier haben wir jetzt schon geschafft. Das heißt, dieser kommt hier zu unserer Karte, schlägt mir das immer so und runter und würde dann die entsprechend dann hier rumtrapieren, bis wenn ich alle acht Teile zusammen habe, um meine Mission zu erfüllen. Und apropos Mission erfüllen. Das habe ich in der letzten Ausgabe so ein bisschen verschluckt, weil es war noch am Anfang des Spieles. Deswegen wird ja meistens noch nicht geprüft, ob man das Ziel erfüllt hat oder nicht. Die Zielerfüllung wird immer erst am Ende des Spielerzuges geprüft. Heißt, wenn ihr während eurer Aktionen das Missionsziel erreicht, habt ihr das Spiel noch nicht gewonnen. Zwar fast, aber noch nicht ganz, weil ihr müsst den Spielerzug abwarten, denn die Gegner könnten ja euch noch so weit behagen, dass ihr vielleicht das Spiel dann doch nicht gewinnt oder irgendwas anderes eintritt, was dann euer Missionsziel gefährdet. Deswegen immer darauf achten, Missionsziel wird erst am Ende des Zuges überprüft und wenn ihr es dann geschafft habt, dann habt ihr das Spiel gewonnen. Eine Aktion habe ich noch und da werde ich eine Karte von meiner Hand spielen und zwar hier taktische Anführung, Tactical Leadership. Und diese Karte befähigt mich, einen anderen Spieler zu wählen. Ich habe nur noch den Jäger als anderen Spieler und dieser darf jetzt in dem Moment, während wir noch am Zug sind, eine Aktion sofort ausführen. Dann gehen wir mal rüber und schauen uns mal, welche Aktion er macht. Die extra Aktion, die ich mit unserem Jäger ausführen werde, ist Angreifen. Das heißt, ich benutze jetzt hier meine Machete für die Aktion, macht drei Schaden. Achtung, wir sind noch im Zug von unserer Revolverheldin, das heißt, ihre Fähigkeit ist noch aktiv, plus zwei Schaden. Heißt, drei plus zwei sind fünf Schaden, die ich jetzt auf mein Ziel anrichte und mein Ziel wähle ich, wir haben ja nur noch einen, diesen Stalker. Und er hat schon sieben Wunden drauf von zwölf, kommen jetzt noch die fünf dazu, kommen wir genau auf zwölf Wunden, um diesen Stalker zu besiegen. Und das ist cool, da haben wir nämlich keinen Gegner mehr und können uns jetzt so ein bisschen aufs Erkunden stürzen. Übrigens, dieser geht jetzt in die normale Monsterablage, denn der Stalker war nicht Teil unserer Mission, da Teile von ihm zu sammeln. Das heißt, normal in die Ablage und nicht zur Missionskarte. Damit haben wir die Karte ausgeführt, ist eine Aktionskarte gewesen. Das heißt, sie wird abgelegt. Es ist eine Heldenspezifische Karte und keine Plünderkarte, deswegen kommt sie hier in den persönlichen Ablagestabel. Wenn ihr Plünderkarten ablegt, dann legt sie neben das Plünderboard in dort ein Ablagepool hinein, also trennt sie wirklich voneinander. Nächster Schritt, die Endbedingungen der Teile, wo wir drauf stehen, werden ausgeführt. Unsere ganz längeren steht hier bei End. Restore to Health, das heißt, wir kommen zwei Lebenspünktchen zurück. Zwei Wunden geheilt aus sechs, mach vier Wunden, das ist super, das sieht nämlich das Ganze wieder etwas besser aus. Als nächstes erhöhe den Hunger von zwei auf drei. Naja, so langsam sollten wir auch ein bisschen Nahrung finden. Die sechs ist nicht mehr weit weg. Jetzt würden die Gegner angreifen, die ihr zugeordnet sind. Wir haben keine, wir können diesen Schritt überspringen. Gott sei Dank, kein Schaden, den wir einstecken müssen. Zum Schluss überprüfen wir unsere Missionsziel. Haben wir noch lange nicht erfüllt. Das heißt, es geht weiter zum nächsten Helden, unseren Jäger. Dann schauen wir mal, ob er ein paar Monster findet und haben jetzt hier eine 5, eine 6, eine 3. Kein Monster kommt. Auch er muss eine Karte ziehen und wir bekommen eine Bärenfalle. Okay, die kann man anlegen als Ausrüstungsgegenstand. Auf dem Feld selber wirkt sie als Waffe. Man muss sie ablegen, um sie zu benutzen und kann dem Ziel 5 Schaden zufügen. Okay, also wenn wir mal ein Ziel bei uns haben, können wir es damit mit Gutschaden vollpacken. Wir haben wieder vier Aktionen. Eine verbrauche ich und dafür werde ich mich bewegen. Ich darf mich wieder waagerecht oder senkrecht bewegen. Ich habe also drei Felder diesmal zur Auswahl. Ich würde sagen, ich gehe mal hier rüber und schaue mal nach, was hier drunter ist. Wir haben einen Fluss entdeckt. Ein Fluss mit dem Monster Level 11. Das heißt, das Würfelergebnis würde hier ein Monster spawnen. Aber wir haben natürlich auch wieder einen Effekt drauf. Hier steht diesmal drauf Test. Davor ist wieder so ein kleiner abgeknickter Pfeil. Das bedeutet immer, wenn wir dieses Feld betreten. Und das bedeutet in dem Fall Test, dass wir hier nur auf dieses Teil treten dürfen, wenn ein erfolgreicher Schleichtest bestanden wird. Wir haben hier auf unserer Charakterkarte einen Schleichtwert. Jeder Charakter hat gegebenenfalls unterschiedliche. Bei unserem Jäger ist das hier mit diesem Fuß die 8. Um einen Schleichtest zu bestehen, müssen wir zwei Würfel werfen und schaffen wir es 8 oder weniger. Also das heißt, die Angabe auf unserer Charakterkarte oder weniger. Dann haben wir es erfolgreich geschafft. Ansonsten wäre es ein Fehlschlag. Und dann müssten wir halt wieder zurück zu unserem vorgehenden Teil. Und da würde ich ganz einfach mal hier werfen und mal sehen, was wir kriegen. Wir haben eine 7. Das ist eins darunter. Das heißt, wir haben es geschafft und konnten uns auf das Teil draufschleichen. Wir können also hier bleiben, müssen nicht zurück. Aber so richtig sinnvoll ist das Teil nicht. Außer wenn wir dann hier wollen, um vielleicht den kürzesten Weg zu nehmen. Deswegen würde ich einfach jetzt weiterlaufen, weil hier gibt es nichts zu finden. Ich kann hier auch nicht irgendwie speziell suchen. Der Jäger kann zwar sowieso immer suchen, aber wir wollen ja auch für unsere Revolverhältnisse ein bisschen aufdecken. Heißt, ich würde meine zweite Aktion benutzen, um nochmal mich zu bewegen und jetzt hier nach Norden. Da finden wir eine Tankstelle. Gas Station. Bedeutet, hier wird angezeigt bei Reveal. Das heißt, sobald wir es aufdecken, dürfen wir einmal frei plündern. Bewegung haben wir sowieso gemacht, dazu können wir uns auch draufstellen. Aber wir können jetzt einmal kostenfrei eine Plünderung vornehmen. Und natürlich, wir sind hier auf dem roten Bereich. Das heißt, ich muss vom roten Stapel plündern. Wir bekommen noch mehr Essen. 5. Das ist eine große Essenskarte. Die sollte man natürlich auch dann erst einsetzen, wenn man entsprechend großen Hunger hat, um die Karte halt nicht sinnlos verfallen zu lassen. Dann kommen die erstmal hier in unser Inventar. Ich lege sie auch mal so oben drüber zu meinem Essen, damit ich das gleich sehe. Wir haben noch keine 10 Handkarten. Alles gut, müssen wir auch keine ablegen. Und dann würde ich meine dritte Aktion benutzen, um, ja, ich würde noch einen Schritt weiter laufen. Wir müssen ein bisschen aufdecken. Wir müssen viele von diesem Monster-Symbol haben, weil wir brauchen ja auch mal ein paar Gegner, um unser Ziel zu erreichen. Und da bewege ich mich jetzt hier auf das Feld nördlich von unserer Revolver-Heldin. Da sind wir so ein bisschen in Reichweite für Schüsse oder so was. Also für unseren Revolver zum Beispiel, um vielleicht da auch noch unterstützen zu wirken, falls da auch Monster kommen. Und dann würde ich jetzt dieses betreten. Da haben wir einen Unterschlupf gefunden und der besagt nichts anderes, dass wenn ich hier meinen Zug beende, aber vorher auf einem anderen Teil war, also nicht die ganze Zeit hier geparkt habe, dann bin ich in diesem Zug immun gegen Schaden. Das ist eine super Sache. Das heißt, irgendwo erstmal woanders hingehen, dann im nächsten Zug wieder zurückkommen und dann kann ich immer mir den Schaden sparen, die mir gegebenenfalls die Monster, die mit Zug geordnet sind, anrichten. Das ist eine super Geschichte, vor allen Dingen hier zentral gelegen, lässt sich sehr gut erreichen, sollte man immer im Auge behalten. Letzte Aktion, die ich mache, ist wieder meine Heldenfähigkeit Aktion. Wir dürfen eine Karte vom Plünderdeck ziehen nach unserer Wahl. Und da wir schon genug Teile haben mit der roten Lupe, so wie wir also auch mit unserem Ganzlinge die Möglichkeit haben, dort zu suchen, wird es ganz einfach, da ich ja mit unserem Hunter die Wahl habe, jetzt mal vom blauen Deck ziehen. Und da kriegen wir Munition, eine volle, oh cool, wir können unsere Waffen voll wieder aufladen. Es ist eine Plünderkarte, das ist genau das Richtige für unsere Revolverhelden. Wir müssen halt nur die Karte dann noch irgendwie rüberbringen, um halt dann auch den Revolver wieder auffüllen zu können. Das ist cool. Es ist die achte Karte, die wir hier ins Inventar packen, somit alles noch regelkonform und erlaubt. Das war unsere letzte Aktion, jetzt kommen die Endeffekte dran, aber Achtung, es sind nur die Endeffekte gemeint, die dem aktiven Helden gemeint sind. Wir wissen ja, dass unser Ganzlinger hier auf diesem Endsymbol ist. Das wird für sie natürlich jetzt nicht getriggert, sondern nur für ihn, wenn er hier irgendein Endeffekt ist. Indirekt haben wir ja einen Endeffekt, denn er wäre jetzt immun gegen irgendwelche Schaden, der auf ihn reinprasseln würde. Wir müssen noch den Hunger um 1 erhöhen, sind wir jetzt schon auf 3. Als nächstes würden die Gegner, die im Zug geordnet sind, angreifen. Wir haben keine Gegner, wunderbar. Mission haben wir auch noch nicht erfüllt, heißt nächster Zug für unseren Ganzlinger. Der Ganzlinger würfelt für Monster und da haben wir eine 5. Haben wir eine 5 bei uns? Leider nein, heißt kein Monster erscheint. Ich sage schon leider, aber wir brauchen ja Monster, um unsere Mission zu erfüllen. Deswegen wäre es mir jetzt ganz recht gewesen, wenn eines gekommen wäre, aber leider nicht passiert. Heißt, wir müssen noch ein bisschen suchen. Vielleicht finden wir noch was Anständiges, um halt unsere Mission weiter bestreiten zu können. Nächster Schritt. Wir müssen natürlich wieder eine Karte ziehen und haben einen Hut. Okay, mal sehen, was der macht. Wenn wir ihn ausrüsten, kriegen wir sofort 3 Lebenspunkten zurück. Oh, das ist super, weil sie hat ja gerade 4 Schaden und Passiv. Oh cool, wird auch noch der Schaden erhöht. Nicht schlecht. Dann legen wir ihn mal hier rein. Anlegen. Hm, kann ich immer noch machen. Ich möchte jetzt erstmal die Zeit nutzen, weil ich gerade keine Gegner habe. Und vielleicht doch noch ein bisschen zu erkunden, um zu wissen, wo ich vielleicht im Notfall hingehen kann, wenn Gegner kommen. Bedeutet, erste Aktion, ich werde mich bewegen. Sie wird sich mal nach Osten bewegen, mal gucken, was hier drunter ist. Und da haben wir nochmal eine Tankstelle gefunden, was uns natürlich wieder beim Aufdecken eine freie Blündeaktion erlaubt, im roten Bereich. Und da finden wir Teile. Okay. Wir dürfen da eine Karte vom Ablagestapel wieder zurückholen. Auch keine schlechte Sache. Und damit ist der eigene Ablagestapel gemeint, bedeutet dieser. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollten, diese Karte für eine Aktion nachher einsetzen, um uns gegebenenfalls diese Karte wieder zurückzuholen. Ja, jetzt ist das, denke ich mal, noch nicht so nötig. Aber später, wenn vielleicht besondere Karten hier drin sind, die wir gerne wiederhaben wollen, ist das natürlich eine super Sache. Zweite Aktion, ich bewege mich nochmal. Mein Plan ist, mich hier mit dem Hunter zu treffen am Ende, um gegebenenfalls auch diese Munition zu tauschen. Und er hat ja auch zweimal Essen und sie hat noch gar kein Essen. Und er hat es auch immer leichter, was zu finden, weil er ja diese Fähigkeit hat. Deswegen möchte ich schon am Ende dann bei ihm sein, um halt die Sachen dann auszutauschen. Aber ich werde mich erstmal für meine zweite Aktion hier hochbewegen. Aber wie es immer so ist, es kommt immer anders, als man denkt. Denn wir kommen jetzt zu den Straßen und sobald wir hier reinkommen, was wir ja jetzt auch tun, müssen wir ein Monster ziehen. Wir bekommen noch einen Soldier. Welcher, welcher natürlich dann unseren Ganslinger direkt hier zugeordnet wird. Wir haben noch zwei Aktionen. Jetzt muss ich mal knobeln, ob wir den vielleicht gleich besiegen können oder vielleicht noch was anderes tun. Aber da denke ich mal, ich werde den mal noch in Frieden lassen und mich so ein bisschen auf die nächste Runde vorbereiten. Bedeutet, ich werde jetzt hier für meine dritte Aktion diesen Hut anlegen. Schiebe ich mal einfach den Kanister hier weiter in den nächsten Slot rein. Wir haben hier vier Slots frei. Wir haben jetzt 1, 1, 1. Das heißt, wir könnten auch noch eine weitere Karte anlegen. Danach wäre der Platz weg. Da wir ihn jetzt angelegt haben, beim Ausrüsten, dürfen wir uns um drei heilen. Daher aus 4 macht 1 und dann sieht das schon richtig, richtig cool aus. Eine letzte Aktion habe ich noch und da werde ich mich nochmal bewegen. Und da gehe ich natürlich wie geplant hier in diesen Unterschlupf zu unseren Soldaten. Und wir sind jetzt immun, weil wir unseren Zug hier beenden und von einem anderen Teil gekommen sind. Wir haben also nicht unseren Zug hier begonnen und Zug wieder hier beendet, sondern auf einen unterschiedlichen Teil. Deswegen sind wir jetzt schadensimmun. Bevor ich aber zum nächsten Schritt komme, wir stehen gerade zusammen, werde ich jetzt eine freie Aktion verwenden und ich möchte Gegenstände tauschen. Und da kann ich so viele Gegenstände tauschen, wie ich möchte. Und tauschen heißt, ich kann mir die von einem anderen Spieler, der auf meinem Feld ist, nehmen. Ich kann ihn geben, das hin und her machen. Ist überhaupt kein Problem. Aber ich darf diese Tauschaktion nur einmal je Zug machen. Ich kann also nicht tauschen mit einem Spieler, mich einen Schritt bewegen und dort mit einem anderen Spieler nochmal tauschen. Das geht nicht. Nur einmal je Zug, aber da so viele Gegenstände, wie ich möchte. Und da werde ich mir hier natürlich die Munition für den Revolver nehmen. Und Essen war hier ja auch jede Menge da. Da würde ich ganz einfach mal hier das große Essen nehmen, weil er hat es leichter irgendwas zu finden und da hat sie mal eine gute Chance, sich einfach mal schnell vom Hunger zu entledigen. Dann kommen die neuen Karten hier auf die Hand von unserer Revolverheldin. Achtet immer auf euer Handlimit. Ihr dürft nicht mehr als 10 haben, ist in dem Fall vollkommen in Ordnung. Achtung, die Gegenstände, die ihr angelegt habt, zählen nicht zu eurem Handlimit. Die sind immer separat. Mehr gibt es aber jetzt nicht zu tun. Wir haben keine Endeffekte ansonsten, die wir jetzt ausführen müssen. Heißt, unser Hunger geht jetzt wieder eins hoch auf die vier. Da kommen wir jetzt schon langsam die Regionen. Aber jetzt sind die Gegner dran. Jetzt würde uns dieser Soldier hier für vier Schaden angreifen. Aber zum Glück sind wir ja in unserem Unterschlupf. Und das heißt, wir sind immun gegen den Schaden und somit passiert nichts und können einfach weitergehen zum nächsten Zug unseres Handlers. Weil unsere Missionen haben wir ja immer noch nicht erfüllt. Jetzt haben wir ja schon fast alle Würfelergebnisse da. Mal sehen, ob wieder ein Monster kommt. Wir haben eine 12 erwürfelt und kein Monster erscheint, denn eine 12 ist hier nicht abgebildet. Wir ziehen wieder eine Karte und bekommen Camouflage. Auch ein Ausrüstungsgegenstand, der uns unseren Schleichwert erhöht. Das ist natürlich cool. Und als Aktion dürften wir ein Monster ablegen. Also einfach ablegen, nicht besiegen. Kann aber nicht an Bosse aktiviert werden. Klar, es wäre ja ein bisschen stark. Und wir müssten es mit einem Monster-Token versehen. Dabei natürlich auch drei Schaden einkassieren. Was das bedeutet, werde ich euch nachher mal zeigen oder gegebenenfalls in dem nächsten Video, wenn es mal um Monster-Tokens geht. Wenn wir mal welche auf dem Spielfeld haben, dann werde ich das gleich in Kombination euch dann mal erläutern, wie das mit den Tokens funktioniert. Wann diese ausgelöst werden und was das mit dieser Karte dann für eine Bewandtnis hat. Erstmal ins Inventar. Mal sehen, wann wir sie brauchen. Natürlich haben wir auch wieder vier Aktionen zur Verfügung. Und die erste Aktion gleich werde ich verbrauchen, um diese Bärenfalle anzulegen. Das Ausrüsten des Gegenstandes kostet jetzt eine Aktion. Das Auslösen dieser Falle kostet keine Aktion. Denn das ist nur das Ablegen der Karte. Und sie funktioniert auf kurze Reichweite. Das heißt, alles, was auf unserem Feld ist. Und wir werden diese auch gleich benutzen. Es ist eine spezifische Karte. Das heißt, sie kommt ganz normal in unsere Ablage. Und wir richten jetzt bei einem Gegner in kurzer Reichweite fünf Schaden an. Da wir uns auf demselben Feld wieder ganz länger befinden, dürfen wir diese natürlich auch angreifen bei Short Range. Und bedeutet, die fünf Schaden kommen direkt von der Bärenfalle hier auf dem Soldier drauf. Ähnliches Spiel für unsere zweite Aktion. Denn jetzt werde ich unsere Machete benutzen, um eine Aktion auszuführen, um drei Schaden auf ein Ziel in kurzer Reichweite. Das heißt, auf unserem Feld zu machen, ist wieder das gleiche Prinzip. Erwischt wieder den Soldier. Ich habe den mal rübergeholt mit den fünf Schaden. Und wir sehen es jetzt hier. Fünf plus die drei von der Machete sind genau die acht, um diesen zu besiegen. Damit haben wir schon den zweiten Zombie Soldier erwischt. Jetzt brauchen wir nur noch die anderen drei Typen und davon auch jeweils zwei. Da ich noch zwei Aktionen übrig habe, werde ich mich jetzt noch bewegen. Einmal nochmal hier nach Norden. Und da haben wir eine Farm entdeckt. Auch hier, genau wie bei der Tankstelle, darf ich einmal frei plündern, als ich sie aufgedeckt habe. Und bei Grün habe ich noch nicht gesucht. Deswegen werde ich jetzt einfach mal bei Grün gucken. Und da bekommen wir gar nichts. Wir sollen sie sofort ablegen, weil halt hier nichts gefunden wurde. Aber das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Denn eine Aktion habe ich noch. Und da probiere ich ganz einfach nochmal eine Aktion. Da ist es ja vollkommen egal, auf welchem Teil. Das wird auch nicht zugeordnet. Deswegen werde ich ganz einfach nochmal bei Grün suchen und diesmal hoffentlich was finden. Und wir bekommen wieder etwas Essen. An Nahrung mangelt es somit nicht. Wir haben hier wieder was gefunden. Als nächstes werden wieder die Endeffekte auf den Planteilen dran. Da haben wir momentan keins, weil wir auf der Farm sind. Und da ist nichts mit End irgendwo beschrieben. Als nächstes natürlich Hunger wird erhöht. Auf die Zahl Nummer 4 in dem Fall. Und danach die Monster, die zugeordnet wären, würden jetzt angreifen. Ist kein Zuggeordnet, also greift keins an. Mission haben wir noch nicht erfüllt. Weiter geht es zum Ganslinger. Und dann sind wir wieder dran mit Würfeln. Mal sehen, ob diesmal ein Monster kommt. Wir haben eine Acht. Haben wir eine Acht irgendwo wieder? Doch eine Acht haben wir. Und zwar auf den Straßen. Da ist momentan kein Held von uns. Das heißt, wir werden jetzt einen Platzhalter dafür schaffen, damit wir wissen, dass hier ein Monster ist. Unabhängig davon, was hier unten drauf steht, dass wir sowieso eins ziehen müssen, wenn wir hier drauf gehen. Das wird also doppelt so schwer, weil es dann gleich zwei Monster werden. Müssen wir erstmal eins von diesen Monster Tokens hier drauf platzieren. Solange ihr mit den Standardregeln spielt und die Karten nichts anders sagen, bleiben diese Monster Tokens so lange auf dem Feld, bis wenn irgendwann ein Held mal das Feld betritt. Achtung, es dürfen die maximal drei Monster Tokens auf so einem Feld sein. Würde mal ein viertes kommen, dann würde es einfach nicht platziert werden. Solltet ihr mal in die Verlegenheit kommen, auf euren Stadtfeld oder auf dem kompletten Gebiet kein einziges Monster Tokens mehr in eurem Vorrat haben, dann wird auch der Effekt ausgeführt, dass ihr das Spiel verloren habt. Denn dann haben euch einfach die Monster überrannt. Und ihr habt zu viel nicht geschafft, irgendwo aus dem Weg zu räumen. Deswegen würde euch das das Spiel kosten. Deswegen achtet drauf, dass da nicht so viel sind, obwohl in dem Vorrat sind eine ganze Menge. Also da müsst ihr schon relativ viele Tokens da liegen haben, damit ihr das überhaupt schafft. Dann möchte ich jetzt nochmal genau auf die Funktionsweise eingehen. Und zwar, wenn ein Spieler ein Feld, unabhängig jetzt mal von dem Effekt hier unten, auf ein Feld mit so einem Token kommt und hat ein Monster bei sich zugeordnet, dann muss ihr entsprechend der Anzahl an Tokens so viele Monster ziehen und sich zuordnen. Das heißt, ihr habt dann keine Möglichkeit, hier irgendwie vorbeizuschleichen, denn ihr habt ein Monster dabei, was euch sowieso verfolgt. Das erregt genug Aufmerksamkeit und deswegen könnt ihr euch dieser Sache nicht entziehen und müsst ihr dann entsprechend der Anzahl dann die Karten dann für euch zuordnen, beziehungsweise die Gegnerkarten für euch zuordnen. Habt ihr kein Monster zugeordnet und würdet euch jetzt hier hin bewegen, wie gesagt, unabhängig diesem Effekt hier unten, hättet ihr jetzt die Möglichkeit, an diesem Monster vorbeizuschleichen. Und vorbeischleichen heißt, ihr müsst einen Schleichtest absolvieren. Ist der erfolgreich, könnt ihr auf dem Feld bleiben, ohne dass ihr eine Karte ziehen müsst. Denn dieser Effekt des eventuell Vorbeischleichen oder Monster ziehen, wenn ihr Monster im Gepäck habt, tritt nur ein, wenn ihr auf das Feld drauf tretet. Wenn ihr euch bereits drauf befindet und dann kommt ein Token hier drauf, dann wird das nicht ausgelöst. Immer wenn ihr das Feld betretet. Das ist ganz wichtig. Das hängt noch ein bisschen von dieser Sache mit diesem Camouflage ab. Da komme ich nämlich gleich mal noch drauf zu sprechen, dann, wenn ich euch diese Sache jetzt kurz erklärt habe, wie das dann funktioniert. Und zwar, wenn ihr eine Schleichprobe macht, dann ist das ähnlich wie hier bei dem Fluss. Das heißt, ihr habt euren Wert hier und müsst diesen Wert treffen oder darunter, dann habt ihr es erfolgreich geschafft. Bei den Monstern kommt erschwerend hinzu, je mehr Monster Tokens drauf sind, desto geringer wird euer Wert hier. Für jedes Token ein Wert geringer. Das heißt, ich müsste jetzt hier mit unseren Ganzlingern einen Schleichwert von 7 schaffen oder darunter, um das erfolgreich zu schaffen. Sind da 3 Tokens drauf, dann ist mein Schleichwert nur noch bei 5. Das heißt, 5 oder darunter wäre ein Erfolg. Alles andere würde bedeuten, ich müsste für jedes Token sofort Monster ziehen. Also ich muss die Schleichprobe auch nur einmal machen. Egal wie viele Tokens, versage ich die, dann müsste ich entsprechend die Anzahl an Karten ziehen. Dann auch kurz angesprochen, hier zu dem Camouflage, was unser Hunter hat. Unabhängig davon, dass der Schleichwert erhöht wird, was ja super ist, dürfte ich jetzt mit dem Jäger, wenn er dran wäre und hätte ein Monster zugeordnet, was kein Boss ist, könnte er das Monster einfach in die Ablage legen und dafür auf sein Feld so ein Token dann drauflegen. Da er das Feld in dem Moment, wo er das tut, nicht betritt, wird dieses Token auch nicht ausgelöst. Das heißt, ihr müsst dann keine Schleichprobe machen oder sowas. Deswegen ist es auch das Timing ganz wichtig, wann ihr die Tokens platziert, beziehungsweise, dass ihr sie nur auslöst, wenn ihr auf das Teil drauf rückt. Solange ihr auf dem Teil stehen bleibt, also wenn ich jetzt hier mit dem Ganzlinger, den Rest des Spieles hier stehen bleiben würde, würde das Token nicht ausgelöst werden. Erst wenn ich auf das Feld draufgehe. Aber dies soll es zur Trocknung in Theorie gewesen sein. Wir werden es auf alle Fälle noch live erleben, denn ich werde das garantiert noch auslösen, weil ich will ja Monster haben. Aber das werde ich nicht diese Runde machen, denn ich möchte mir schon die Option dann erlauben, wieder hier zurück zum Shelter zu kommen, um mir den Schaden zu ersparen, wenn ich dann hier dieses Monster habe aus dem Token und noch das, weil ich das ja auf dieser Straße auch noch entdecke. Da kriege ich schon zwei Monster und da möchte ich mich schon dem Schaden entziehen. Deswegen werde ich jetzt noch nicht reingehen und meinen Zug woanders beenden. Aber so lange sind wir ja noch gar nicht, denn jetzt geht es erst mal weiter. Wir dürfen eine Karte ziehen. Wir ziehen die Karte und bekommen... Ah, wieder die Führung. Sehr gut. Die hatten wir ja schon mal benutzt und abgelegt. Jetzt haben wir sie noch mal. Sehr cool. Die werden wir bestimmt noch gebrauchen können. Erste Aktion. Ich möchte mich bewegen. Da werde ich zuerst zum Krankenhaus zurückgehen und wenn ich dieses betrete, was ich gerade mache, heile ich mich um ein Leben. Daher unser Ganzlinger jetzt. Der letzte Schadenspunkt weg. Wieder bei voller Gesundheit. Aktion Nummer zwei. Ich bewege mich noch mal. Und zwar hier zur Tankstelle. Wird kein Effekt ausgelöst, denn der ist ja nur beim Aufdecken. Dritte Aktion. Ich werde plündern. Darf natürlich nur im roten Bereich plündern. Mal sehen, was wir bekommen. Ein Ambush. Okay. Wir müssen sofort ein Monster ziehen und dann diese Karte ablegen. Okay. Das war natürlich nicht so geplant. Und da bekommen wir... Einen Zombiehund. Der fehlt uns in unserer Sammlung. Das ist gut. Und daher der Hund hier vor uns hin. Er macht vier Schaden, hat nur fünf Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Problem ist, ich habe nur noch eine Aktion. Das heißt, ich kann nicht auf einmal so viel Schaden generieren, um mir diesen Hund vom Leib zu halten. Das heißt, ich werde... Ja. Ich werde noch was anlegen, um mir den Schaden ein bisschen zu reduzieren. Einen Platz habe ich ja noch. Ich schiebe mal den Kanister hier auf den letzten Spot und werde für die letzte Aktion die schutzsichere Weste anziehen. Alle vier Plätze sind jetzt belegt. Jeweils eine Eins drauf. Auch da müsst ihr immer drauf achten. Es gibt manchmal Gegenstände, die verbrauchen mehr Platz. Dann dürft ihr natürlich nicht in der Anzahl vier haben, sondern nur in der Summe, was hier oben drauf steht. Okay. Das war meine letzte Aktion. Die Weste angelegt. Endeffekte haben wir nicht auf unserer Karte. Wir wollen auch keine freien Aktionen machen. Das heißt, Hunger geht jetzt schon hoch auf 5. Das heißt, wir müssen nächste Runde was essen, sonst kriegen wir Schaden aufgrund des Hungers. Und apropos Schaden, jetzt ist natürlich der Hund dran. Er greift uns direkt an für den Schaden, der hier drauf steht. Da kommt nichts dazu. Aber es geht was weg. Und zwar dürfen wir, weil wir ja hier diese Weste haben, den Schaden um 1 reduzieren. Das heißt, er macht keine 4, sondern nur 3 Schaden auf uns. Da ja die im Krankenhaus notdürftig zusammengeflickten Wunden sind jetzt wieder offen. Der Zug von Ganslinger ist beendet. Wir können jetzt gucken, haben wir unsere Mission erfüllt? Haben wir nicht. Rüber geht's zum Jäger. Schauen wir mal, ob wir noch mehr Monster kriegen. Und haben eine 10 erwürfelt. Gucken wir kurz rüber. Eine 10 ist nicht dabei. Heißt, kein zusätzliches Monster. Wir ziehen wieder eine Karte und bekommen eine Armbrust. Cool. Mittlere Reichweite. 3 Schaden zu 1 Ziel. Und wir dürfen auch wieder, das ist ähnlich wie beim Revolver, eine extra Munition dafür verwenden. Aber um 8 Munition hat das Teil. Nicht schlecht. Und ich glaube, mich genau hier noch erinnern zu haben, hier haben wir noch eine Karte, die hat eine Synergie mit dieser Armbrust. Und zwar Kopfschuss. Geht zwar nur auf lange Reichweite, das heißt, ich kann keine Monster damit angreifen, die mir zugeordnet sind, denn die befinden sich ja immer auf meinem Feld. Aber ich kann damit Gegner angreifen, die anderen Spielern zugeordnet sind in langer Reichweite. Und da kann ich 6 Schaden auf einmal anrichten, wenn ich die Armbrust bei mir hier unten drin habe. Coole Sache. Da werden wir bestimmt was mit machen. Dann werde ich natürlich für meine erste Aktion diese coole Armbrust anlegen. Sie verbraucht 2 Ausrüstungsplätze. Deswegen werde ich ganz einfach mal die Machete hier rüberschieben und hier Crossbow auf dieses Zwischenfeld. Das ist einfach nur für mich zur Visualisierung. Ansonsten müsste es einfach zählen, weil wir haben jetzt hier 2 und 1. Das heißt, 3 Slots sind schon voll. 1 Slot hätten wir noch frei. Aber wir haben auch noch den Rucksack. Also alles überhaupt kein Problem. Jetzt kommt natürlich noch die Munition hier drauf. Munition ist drauf. Wunderbar. Wir haben hier eine Waffe für den Fernkampf und eine für den Nahkampf. Richtig, richtig cool. Zweite Aktion. Ich werde mich bewegen. Ich bewege mich einen Schritt nach Osten, um mal zu gucken, was hier auf dem Teil ist. Da haben wir das Polizeirevier gefunden. Nicht schlecht, denn beim Aufdecken dürfen wir einmal frei plündern und zwar im blauen Bereich. Mal sehen, was wir diesmal finden. Ach, noch mehr Essen. Aber Essen kann man nie genug haben. Unser Jäger ist der Konservenschlepper. Er hat schon die dritte Karte, eigentlich die vierte. Einer hat er ja schon abgegeben. Aber das kann man immer gebrauchen. Das erklärt wahrscheinlich auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr euch noch erinnert, das Spiellevel ist hier sehr leicht. Klar, wenn man mehr Essen drin hat, dann wird das Ganze natürlich leichter, weil man muss sich nicht so sehr um den Hunger kümmern, weil man immer weiß, man hat was in Reserve. Okay, das war die zweite Aktion. Dritte Aktion, die ich verwenden werde, ist diese Karte zu spielen. Und diese Karte ist ein Kopfschuss. Und zwar kann ich sechs Schaden anrichten auf ein Ziel, wenn ich die Armbrust angelegt habe. Oder einen Bogen. Ich habe eine Armbrust angelegt. Das ist super. Es verbraucht auch keine extra Munition, weil ich spiele diese Karte. Ist so quasi ein langreichweiten Fall, den ich hier mit dieser Karte kriege. Ist auch nur einmalig verwendbar. Danach muss ich die Karte in meinen persönlichen Ablagestapel legen. Aber sie funktioniert nur auf langer Reichweite. Und gucken wir uns nochmal die Karten dazu an. Und bei langer Reichweite wissen wir genau das eigene Feld selber nicht. Also hier dürfte ich kein Ziel oder das, was mir zugeordnet ist, angreifen. Aber auf bis zu zwei Felder Entfernung. Und das ist 1, 2 bis zu unserem Ganzlinger. Und wir wissen ja, dass unser Ganzlinger diesen niedlichen Zombie-Doc zugeordnet hat. Das heißt, wir greifen jetzt mit diesem Kopfschuss den Zombie an, richten sechs Schaden an. Er hat nur fünf Lebenspunkte. Das heißt, sofort besiegt. Und unser Ganzlinger ist wieder befreit. Der eben besiegte Zombie-Doc ist Teil unserer Mission. Bedeutet, wir werden das hier zu der Karte zuordnen. Und da haben wir schon den ersten Zombie-Doc. Brauchen natürlich noch einen zweiten und noch die anderen dazu. Diese Karte muss leider abgelegt werden. Schade, eigentlich war eine super Karte. Aber so ist es halt auch mit mächtigen Karten. Die kann man meist nur einmal verwenden. Eine Aktion habe ich noch. Und da werde ich ganz einfach ihn nochmal plündern, schicken auf irgendetwas, was mir gerade in den Sinn kommt. Und da ich ja weiß, dass ich schon den Ambush bei dem roten Stapel gezogen habe, der nur einmal verdrehten ist, werde ich ganz einfach nochmal bei Rot ziehen, weil da dürfte ja nur was Positives drin sein. Außerdem brauche ich noch Benzin und das gibt es nun mal am meisten bei Rot. Aber wieder nichts gefunden mit leeren Hemden rausgegangen. Endeffekte auf den Kartenteilen wird ausgeführt, ist nichts vorhandene. Hunger wird um eins erhöht, sehen wir schon auf fünf. Auch hier sollten wir nächste Runde unbedingt was essen. Monster würden jetzt angreifen, die uns zugeordnet sind, ist keiner, heißt auch kein Schaden. Somit unser Zug beendet, haben wir unsere Missionen natürlich leider noch nicht geschafft. Und wie gesagt, Benzin ist, denke ich mal, jetzt unsere Prämisse, denn unsere Zombies, die kommen so nach und nach von allein, aber das Benzin leider nicht. Liebe Freunde, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Stimmt eigentlich nicht wirklich, denn eigentlich hätte ich jetzt wirklich Bock weiterzumachen, aber dennoch, Video ist schon wieder etwas länger geworden und ich möchte jetzt noch eine kleine Pause einlegen. Nächstes Mal geht es natürlich weiter mit dem Ganslinger und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, die restlichen Zombies zusammenzukriegen, unseren Benzin zusammenzusammeln, was wir brauchen für die Mission und dann unsere Mission auch zu schaffen. Dann hoffe ich natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Abonniert doch einfach den Kanal, das ist am einfachsten, dann kriegt ihr immer, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, eine Nachricht darüber, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat oder empfehlt mich einfach bei euren Freunden. Ich wünsche viel Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Genu. Euer Genu. Euer Genu. Euer Genu. Euer Genu.